Servus! Fliegt ihr nach Rio? Nee. Nach Rio? Du nach Rio fliegst? Grad nicht, wieso? Nee, nicht geplant. Nein, so nicht. Keine Ahnung. Also gerne, wenn ich geschenkt bekomme, ja. Keine Zeug. Klinge fliegen los. Hey, fliegt ihr nach Rio? Nein! Nein! Ich bin in Rio. Ab nächsten Montag berichte ich live vor Ort. Und ihr könnt zuschauen, jeden Tag auf den Münchner Kirchennachrichten. Reinschalten! Hallo, kurze Umfrage. California, that I have tried to make your true chances. Hallo, kurze Umfrage. Kriegst du nach Rio? I know I'm not first date, I will regret. California, that I have tried to make your true chances.